Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Es gibt eine Änderung im Podcast-Format und zwar experimentiere ich damit, das Ganze jetzt eben auch noch gleichzeitig als Video-Podcast eben zu publishen. Das heißt, ihr findet den Podcast nach wie vor natürlich auf dem Audio-Player eures Vertrauens, nämlich auf Apple Podcasts, auf Overcast, auf Spotify und so weiter. Aber gleichzeitig werde ich eben eine Version des Podcasts auch noch als Video posten auf LinkedIn, auf IGTV, YouTube, Facebook und so weiter. Gestern war ich als Keynote-Speaker wieder unterwegs. Zum Glück muss ich nicht besonders weit reisen, weil es eben in München stattfand. Und zwar war das ein Event namens Total Video. Und da waren eben viele Vertreter der deutschen Medien- und Fernsehbranche unterwegs und natürlich auch viele Werbetreibende, also Companies, die natürlich sich derzeit überlegen, was ist eigentlich so der richtige Media-Mix für mich. Und im Vordergrund stand eben das Thema Bewegtbild, Video, ganz klar. Und wir erleben ja gerade eine Explosion von Video-Formaten, weil es natürlich immer einfacher ist, auch gutes Video zu produzieren. Wenn man jetzt zum Beispiel die neuen iPhones nimmt oder auch alle anderen Handys, die produzieren ja einfach schon super Video. Das heißt, jeder ist im Prinzip in der Lage, sehr guten Videocontent dann eben auch online zu stellen und dementsprechend gibt es natürlich auch viel Konkurrenz. Ein Thema, was ich dabei besonders spannend fand, ist eben vertikales Video, beziehungsweise Mobile-Video. Wenn wir mal an Mobile-Video denken, dann hat es eben vor allem drei Charakteristika. Das erste, das Video ist eben vertikal. Das zweite Charakteristikum, es ist eben sehr kurz. Und das dritte ist, dass es eben oftmals auch live ist oder quasi live. Und auf diese Punkte möchte ich heute eingehen. Also, wie sieht eigentlich ein Mobile-Video aus und wird es sich durchsetzen? Und was bedeutet es eigentlich für Content-Creators und auch für Companies? Wenn man über Video-Formate nachdenkt, dann gibt es ja eigentlich drei mögliche Formate. Das erste ist eigentlich sehr traditionell, also so 16 zu 9, also horizontal. Das zweite Format ist dann eben quadratisches Video. Das kennt man ja so ein bisschen, weil ja eben eine ganze Zeit lang eben auch Instagram eben vor allem auf das quadratische Format gegangen ist. Aber wenn man jetzt über Mobile-Video nachdenkt, dann ist es eigentlich wirklich vertikal und idealerweise sogar echt so Fullscreen-vertikal. Wenn man jetzt zum Beispiel in den normalen Instagram-Feed reingeht, dann gibt es ja auch Formate, die eben höher sind als eben quadratisch. Die sind dann aber nicht wirklich Fullscreen-vertikal. Die sind dann irgendwie im 4 zu 5 Format, also 4 breit und 5 eben hoch. Aber was ich meine, ist eben wirklich Fullscreen, wie man es eben auch bei Instagram-Stories kennt. Weil das ist dann ja wirklich so immersive, das ist dann ja so, dass der ganze Screen dann eben auch wirklich eingenommen wird von dem Video. Und das ist eben das, was wir bei Instagram-Stories sehen, aber auch was wir bei IGTV sehen, bei Snapchat und vor allem eben auch bei TikTok. Und das Ding ist eben, dass wir ja einfach jetzt einen Großteil unseres Contents eben auf Mobile konsumieren logischerweise. Das bedeutet aber auch, wenn wir jetzt einfach nur Content ganz normal in 16 zu 9 aufnehmen und dann eben auf Mobile posten, dann sieht das halt echt scheiße aus. Also ist einfach so. Macht mal irgendwie so ein 16 zu 9 Video auf und das ist dann eben so ein mini kleiner Streifen auf eurem Handy und es sieht einfach nach nichts aus. Oder sogar wenn ihr quadratisch postet, dann sieht es nach nichts aus. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wir können das Handy ja drehen, das ist ja kein großer Act. Aber das ist halt irgendwie doch stressig, ja. Also wir wollen ja eigentlich diese Friktion nicht haben und jedes kleine bisschen Friktion ist halt auch schon wieder zu viel. Und die meisten, die haben ja auch in ihrem Handy halt diesen Rotation Lock ja auch eingestellt. Das heißt, auch wenn man jetzt das Handy jetzt drehen wollte, selbst wenn man sich die mir machen wollte, dann müsste man ja trotzdem erstmal in die Einstellung gehen und eben dieses Lock dann eben lösen und dann wieder zurück machen. Und das ist eben für die meisten zu stressig. Und ganz abgesehen davon, glaube ich, ist das vertikales Video dann eben auch irgendwie, ja, angesagter ist. Also klar, es geht nicht für alle Arten von Content. Also Fußball in Vertikal sieht irgendwie doof aus, wenn man ja eben nichts mitbekommt. Aber eben auch für Formate wie dieses hier, zum Beispiel halt, ja, so eine Art persönliche Kommunikation, da ist eigentlich dieses, ja, Vertikale mittlerweile gelernt und funktioniert eigentlich auch besser. Also Vertikal ist eben das eine. Das andere ist natürlich auch die Länge der Videos. Auf Mobile wollen wir uns ja nicht wirklich langen Content anschauen. Also ihr wisst ja alle, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und deshalb ist ja eben so ein TikTok-Video in der Regel auch nur 15 Sekunden lang. Auch die Instagram-Story-Schnipsel sind ja, glaube ich, auch nur 10 Sekunden. Und man kann natürlich längere Storys erzählen. Aber es ist jetzt ja eben auch schon gelernt, dass wir Content eben sehr, sehr short halten wollen. Und so gesehen ist eigentlich dieses YouTube-Format auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Also YouTube so richtige Longform. Also ich schaue mir das schon ganz gerne an. Aber eigentlich ist es auch zu lang. Vor allem für Mobile-Konsum eben unterwegs. Und das hat dann eben wirklich TikTok dann eben perfektioniert, dass sie halt sagen, okay, das sind dann eben nur, ja, 15 Sekunden, 20 Sekunden, maximal 30 Sekunden. Und auf TikTok, da gibt es ja auch 60 Sekunden. Aber weil man es so gewohnt ist, 15 Sekunden anzuschauen, sind 60 Sekunden wieder auch schon fast zu viel. Und das finde ich eben einfach spannend, weil das ja auch die Challenge jetzt ist für Content-Creator, sich sehr, sehr kurz zu fassen und in kurzer Zeit viele Inhalte zu vermitteln. Unter anderem eben auch in 15 Sekunden. Wenn man sich spannende vertikale Formate angucken möchte, dann lohnt es sich natürlich wie immer nach China zu gucken, weil die sind dann ja wirklich Mobile-Only. Also nicht Mobile-First, sondern Mobile-Only. Und ich sage dann immer, naja, irgendwann gibt es halt nur noch einen Screen. Es gibt halt irgendwann noch den Mobile-Screen. Und dann meckern natürlich viele und sagen wieder, ja, hier Multi-Screen-Landschaft und ich habe ja meinen großen Fernseher und meinen Desktop und meinen Laptop und dann mein Tablet und dann mein Mobile und so weiter. Also ja, stimmt schon für einige Leute, aber zunehmend wird es halt immer darauf hinauslaufen, dass die Leute halt nur noch ein Handy haben. Also viele Leute, die jetzt nicht irgendwie professionell mit irgendeiner krassen Software arbeiten, die brauchen einfach keinen richtigen Computer. Da ist das Handy eben vollkommen ausreichend. Und Leute, die halt wirklich mit dem Handy aufgewachsen sind, die haben halt auch viele Workflows einfach so drin, dass sie einfach nur das Handy brauchen. Also zum Beispiel Bild- und Videobearbeitung, da würden eben viele alte Leute halt sagen, naja, das geht auf dem Handy gar nicht, das ist ja viel zu kompliziert, das ist ja viel besser ans Desktop zu gehen mit meinen Shortcuts und so weiter. Aber Leute, die halt Mobile-Only aufgewachsen sind, die sind halt auch super effizient darin, extrem schnell zu tippen oder sogar sowas wie Bild- oder Videobearbeitung oder sogar sowas wie Microsoft Office eben auf dem Handy zu machen. Sprich, viele Leute werden dann eben einfach nur noch Mobile-Only unterwegs sein. Wenn wir diese Leute dann eben auch mit Content, mit Video-Content erreichen wollen, dann müssen wir es natürlich auch Mobile-Native machen, was in diesem Fall einfach bedeutet, vertikales Video. So, und in China sind sie eben schon soweit mit Mobile-Only und dementsprechend ist dort der Content eben auch ganz vertikal. Das heißt, da werden jetzt schon Formate entwickelt, sogar Long-Form-Formate, also richtige Serien. Eben das, was bei uns eben 20 Minuten wären, die sind dort aber eben kürzer, das heißt zwei bis vier Minuten. Das heißt, ihr müsstet euch vorstellen, dass jetzt so eine Serie wie, ich sag mal, Big Bang Theory oder sowas, ja, was ja bei uns eine halbe Stunde dauert. In China würde sowas eben nur zwei bis vier Minuten dauern, eben auf Mobile optimiert. Dementsprechend auch ganz anders vom Storytelling her, schnellere Pointen und man muss die Storys dann eben schneller entwickeln. Spannend dann eben auch, dass wenn du das Ganze dann eben auch vertikal dann eben auch filmst, du natürlich auch ganz andere Einstellungen hast, aber das Witzige ist, dass die dann eben auch ganz viel mit so Splitscreen arbeiten. Das heißt, die haben dann wirklich eben oben eine Person und unten eine Person, die dann eben parallele Handlungsstränge und so weiter machen. Also eine ganz spannende Art des Storytellings. Also ich glaube, festzuhalten ist, dass wenn wir in einer Mobile-First- oder Mobile-Only-Welt leben, in der Video immer wichtiger wird, dann muss ich dann eben auch Video anpassen. Und Mobile-Video bedeutet dann eben einerseits, wie gesagt, Short-Video, Vertical-Video und der dritte Punkt, den ich noch vergessen habe, ist natürlich das Thema Live oder quasi Live. Ich glaube, das Thema Live-Streaming wird immer wichtiger werden. Und in China gibt es ja viel Live-Streaming. Bei uns ist es noch nicht so angekommen. Ich gucke ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel Instagram Live oder IGTV oder sowas. Aber wenn wir uns mal Instagram-Stories angucken, dann ist es ja quasi live, weil wir ja wissen, das sind alles Sachen, die in den letzten 24 Stunden passiert sind. Und dann gibt es ja auch schon Leute, die dann quasi live 100 Stories, Schnipsel am Tag posten. Und das ist natürlich auch eine Art, wie wir jetzt eben auch Content mitverfolgen. Und das sind dann eben Sachen, wo dann eben keine große Post-Production ist. Das heißt, wir müssen halt auch in der Lage sein, sehr, sehr schnell auf neue Events zu reagieren und dann eben auch live zu posten. Und das ist dann natürlich eben auch eine neue Anforderung an Allarten von Content-Creatoren, aber auch Media-Companies, das dann eben zu beherrschen. So, mich wird jetzt auch noch eure Meinung interessieren. Denkt ihr, dass vertikales Video wirklich die Zukunft ist oder findet ihr horizontal eigentlich vollkommen okay? Okay, findet ihr, dass es Vorteile gibt, vertikales Video anzugucken, dass das dann vielleicht eben auch ein bisschen intimer ist, gerade wenn man eben solche Einstellungen hat, wo man vielleicht eher so diese One-to-One-Talking-Head-Kommunikation hat? Oder meint ihr einfach, dass da zu viel Information verloren geht, weil man eben nicht diesen vertikalen Kontext hat und dann eben nicht so diese Surroundings auch einfangen kann? Also, lasst es mich in den Kommentaren wissen und wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und auch bei Apple Podcasts bewertet. Ich brauche da eben fünf Sterne, fünf Sterne bitte, weil es natürlich total weiterhilft, eben auch beim Algorithmus, dass dann eben der Podcast auch besser gelistet wird. Und den Podcast werdet ihr eben ab jetzt auch im Video-Format finden, eben auf IGTV, auf LinkedIn, eben auch auf YouTube. Das heißt, wenn ihr das Ganze eben auch noch visuell haben wollt, dann gibt es das Ganze jetzt eben auch als Video.